Ich frage mich, kann ich dem Opa jetzt diesen Cupcake so geben? Der wollte ja einen haben. Für you! So, und ist er jetzt Kooperations-, ähm, ähm, kooperiert er jetzt? Kooperationsfreudig, was weiß ich? Ja. Ich hätte besser diesen Knopf gefunden können. Hm, hm. Okay, das hat's also jetzt nicht so in der Form gebracht. Kann ich einen neuen Cupcake nehmen? Ah, warum nicht? So, jetzt habe ich wieder einen. Und... Hm. Kann ich rausgehen? Einfach fliehen? Ja, ich habe das Gefühl, es geht hier nicht umlaufen. Guck mal, hier ist er noch Kuchen. Selber Text, so wie es aussieht. Tja. Kann ich mit dem Handtuch irgendwas machen? Ja, ich... Hm, kann ich denn... Hm. Hm. Also, so wirklich eine Ahnung, was ich machen soll, habe ich nicht, kann ich hier hinten zu dieser Tür gehen? Ja. Ist nicht der Vater? Hey, geh noch nicht zu schrauben. Ich will nicht, dass du Kacke auf deinem guten Outfit bekommen hast. Oh, ein kleines Frosting habe ich noch nie gehört, eine Maidensfeestgown? Okay. Okay. Also, ich kann da trotzdem nicht raus. Ähm, guck mal, was da oben ist. Okay. Hm. Ich habe hier noch das Handtuch. Kann ich mit dem Handtuch, kann ich dem Opa das Handtuch geben? Der Vater hat hier eine Socke hängen oder sowas. Warum? Du siehst wie ein altes Drool und Invalid für dich? Ja, bitte. Noch ein... Cupcake? Für mich? Haha. Nein, Mama sagt, du kannst keine. Ich zeige es dir nur. Ich wollte es nicht. Aber wenn wir ihn teilen, dann müssen wir ihn zerschneiden, ne? Für mich? Für mich? Für mich? Für mich? Für mich? Da haben wir, glaube ich, das Messer. Du kannst das ganze Ding haben. Seid dich selbst. Jetzt, wo habe ich das Ding? Welche Ding? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Okay, also haben wir jetzt tatsächlich das Messer. Mit dem erstelle ich mir jetzt die Mutter, hm? Dies ist ja nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Spirig, Powerful, Mysterious. But Mog Chopra is more than that. Merciful and generous, Mog Chopra keeps our town safe. All he asks is may he pick some of our beautiful flowers as he passes through. Please come, Mog Chopra, and make your selections. Welcome to the Maiden's Feast. Oh, oh yeah. I know he'll pick you. This can't be right. No, it's not. I should be in the center. Hey. Hey, I've got a plan. I already have a plan, thanks. Attract Mog Chopra with my slender frame and be remembered forever as a hero. Well, good luck. Yeah. Whatever. Okay. When the monster gets close, you can use your candles to burn its eyes. Don't distract me. I think I've got a chance to win this. Hey, what do you say we break out of here? Trying to get us all to quit so you'll win the feast, huh? Well, it's not gonna work on me. I'm in it to win it, baby. Okay. Okay. You're making me hungry. I'm trying to make Mog Chopra hungry. These girls have it all backwards. I think it's attractive to starve themselves. Hmm. Want to trade something for a bite of that drumstick? Hmm. What do you got? Yeah. Need a towel? Nope. They taught us to eat daintily in finishing school. I'm warning you, buzzard! I will pluck you alive if you come near my food again! How about the satisfaction of helping out a fellow maiden? Hehehehe. Sounds good, but not half as satisfying as this drumstick. Never mind. Just wanted to say, good luck! Bye! Also, irgendwie, äh, brauchen wir... We have this Messer, no? Irgendwie brauchen wir also, ähm, die Keule hier. Sorry. Weiß noch nicht so recht, warum. Hey, does that costume have any Thorns we can use as weapons? It does, but they're made out of chocolate. Regardless, I accept my noble burden, not with apprehension, but with joy. I give my life, so that no harm comes to our village. No! I give my life! No, me! Sheesh! Oh, liar! I hear him! Look, there he is! Okay... I hear him! Look, there he is! Okay... Oh, he's so majestic! Yeah, total majestic! Here I am, merciful King Mog Chopra! Over here! No! This way, great one! I am the one you've come so far to find! Over here! I am in blue for you! See? He's drawn to the flame! Like a giant mob! What? No way! He's coming my direction! Please! Don't be hasty in your decision, my lord! Oh, yes! Take your time! Look over all your options! And then, after some careful consideration... Okay... Okay... Also, vielleicht haben sich's die Damen um mich herum jetzt nochmal anders überlegt... There's nothing left but crumbs! Horrible! Hey! Over here, you big dummy! We gotta get out of here! Are you kidding? I've been starving myself for weeks for this! Hey, can I have a drink of that water? Hmm... Trade you for that sweet corset you've got on! Never can be too thin! This horrible thing? You got a deal! Oh! What a relief! I feel so much... Oh, I'm sorry! But this thing's just too big for me! Trade back! Oh, that poor girl! Oh, no! Oh, no! Oh, no... That's me... That's me! But what? How should I get this misty thing off here, man? Ja, noch mal. Gute Frage. Keine Ahnung. Was hier jetzt das Ziel, also schon, ich meine, ich will nicht gefressen werden, ne? Aber trotzdem habe ich jetzt hier nicht so die Ahnung, was eigentlich der Ziel meines Handelns ist an dieser Stelle. Ja, ich habe noch nicht gehört, dass ich das noch nicht gefressen habe. Ich bin froh, dass ich das noch nicht gefressen habe. Eine von meiner Mutter, eine spezielle Dippe. Ich brauche es nicht. Die kleine Wasser wird mich nicht töten. Okay. 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 Okay, jetzt ist sie nass. Jetzt braucht sie das Antub, denke ich mal. Ich habe schon zweimal gesagt. Oh, wie lange hast du da standen? Um Himmels Willen. Okay, hallo. Okay. Okay. Okay, was habe ich da jetzt noch im... Kann ich den Vogel mit dem Korsett einfangen irgendwie? Und ich kann damit wegfliegen. Na hopp, na hopp, na hopp, na hopp. Hilfe! Okay, muss ich vielleicht noch meinen Kuchen anschneiden? Aber ich wünsche mir das mehr Monster-Sized. Hey! Ja. Wie about wir split this Cupcake? Du kannst die BOTTOM HALF! Get back here, you crazy brat! Das ist meine Frau. Sie hat uns alle verletzt. Mug Chocolates Fury will soon rain down upon our village! Genau. Ich bin schwer fasziniert irgendwie, was hier jetzt abgelaufen ist. Ich verstehe es aber noch nicht so hundertprozentig. Aber okay, dieses Dorf opfert irgendeinem Seeungeheuer Mädchen. Naja. Geht hier hin und wieder mal. Zum Selbstschutz. Und wir fliegen jetzt sonst noch wo? Auf einem Vogel mit einem Korsett um den Hals durch die Gegend. Hat was von Avatar grad. Oh wei, oh wei. Okay. Krass. Und was kommt da jetzt? Wo landen wir? Der Vogel ist weg. Also die Untertitel sind teilweise ein bisschen sehr großzügig. Krass. 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 Okay. Wo sind wir jetzt gelandet? Ja, dein Ei kannst du natürlich behalten. Hm. So, Prinz Charming. Was ist hier los? Hey. Walter? Walter? W-Walter. We admire lightness in all things, no extra baggage, no extra letters. Amtschü!